So, mitten im Winter fahren wir heute mal zum Rhein. Maxi wollte unbedingt wieder angeln. Du auch. Ich auch, ja. Wie viele haben wir? 1,5 Grad Außentemperatur. Schneid, regnet. Wir werden Spaß haben, oder Maxi? Ja. Ja, werden wir. Los geht's. Die Buhn schälen unter Wasser und gucken noch ein bisschen raus. Aber trotzdem werden wir es versuchen, oder Maxi? Schwerere Futterkörbe und dann geht vielleicht das eine oder andere. So, nach 5 Minuten kein Biss, aber eine kaputte Spitze. Müssen gleich auswechseln und dann weitermachen. Ja, Maxi? Ja. Tja, den ersten haben wir. Ne Grumdell. Ne Grumdell. Da freut sich der Maxi, oder? Nein, da kann man heute drehen. Na ja, hoffentlich kommt noch was besseres. Ja, Maxi, da sind unsere Fische. Da ganz weit draußen. Veressen die die? Kann sein, ich weiß nicht. Sollen wir, komm, werfen wir doch da hin? Ja, das geht leider nicht. Kannst du das so weit werfen? Ne. Und was mit 125 Gramm Hutterkorb? Auch das funktioniert nicht. Funktioniert das nicht? Wieso nicht? Ja. Wie viel Gramm hast du dir dran getan? 50. Fühlt sich schwerer an. Ja? Ja. Na geht. Immer noch kein Fisch gefangen. Außer die eine Grundel. Da ist, da ist eine Grundel. Noch eine Grundel, oh. Sag doch, das ist eine Behrade. Ja, Petri Maxi. Ja. Es ist kein Wunder, die Behrade fühlt. Endlich haben wir das zweite Abendessen. Zeig mal. Die beißen den Mund immer so fest zusammen, wenn man die am Land hat. Siehst du? Hm. Den Haken hier nicht mal raus. Gerade einen Biss gehabt. Und? Ich kann gerade nichts spüren. Vielleicht eine Grundel? Oder doch? Ich glaube, etwas Gutes. Vielleicht ein Rotauge. Ne, ich kann nichts spüren. Kämpft nichts. Da. Und? Eine Grundel. Gebissen aber wie ein Weltmeister. Ja. Wie so eine Brasse. Ja. Noch eine Grundel. Schon die dritte. Das ist aber eine größere. Ja. Kann man sagen. Na ja. Freust du dich, Maxi? Machs Spaß? Ja. Direkt auf den nächsten Biss. Ja, das ist wieder eine Grundel. Doch, da ist gar nichts. Gar nichts. Hier bricht man sich auf die Beine, oder? Ja. Ja. Gar nichts. Schade. Schade, schade, schade. Da ist aber auch gar nichts abgelutscht. Gar nichts abgelutscht. Ja. Hier? Ne. Aber hat er gebissen. Na ja. Wieder rein gleich. Ich habe noch keine Püche. Wie viel Ruhr haben wir eigentlich? ich weiß gar nicht so recht aber der maxi hatten wird aber wir haben immer noch zwei grunde und drei sogar ja drei naja abwarten was noch kommt endlich ist einer drangegangen wo ist der maxi? der ist richtig groß, der kämpft, der kämpft zur seite, da, nein, ab, zieh den, nee, warte, warte, warte so einen haben wir, der ist mindestens 35 cm vielleicht, 35 ist der ungefähr, schätze ich mal, ein schöner Fisch, ja, eine Brasse, oder was ist das? ja, vielleicht eine Nase? nee, Max, ja, auf der Straße ist das ja, haben wir an der futtermischung etwas verändert mit Cola, mit Cola ja und dann hat er gebissen dann kam er direkt komisch, ne, mit Cola funktioniert jetzt besser Petri, Max, hast du gut rausgeholt ja, danke ja, das ist unsere Montage, eine freilaufende Montage mit einem Anti-Tangle-Boom mit einem Futterkorb je nach Strömung also heute 40 bis 50 Gramm ist vollkommen ausreichend und ein 12er Haken da kommen jetzt noch Maden dran genau die benutzen wir als Köder gerade hatten wir einen Enger und einen Abriss ja deshalb die Montage neu machen aber jetzt kann die wieder rein ja hoffentlich fangen wir noch einen Großen dann können wir noch Hause fangen 86 so, haben wir den nächsten angefangen der ist größer ja hier vielleicht so 50 cm schon ordentlich der letzte war über 40 45 45 jetzt musst du aber lange warten ein paar Stunden, ne ja naja hat sich gelohnt tschö ja da ist der nächste beziehungsweise der zweite schöner Fisch, oder? ja das ist schwer ja zwei Kilo ungefähr so, noch einen haben wir noch einen kleiner ja der ist echt kleiner nur so 20 cm oder so 25 ja über die 30 müsste ich sagen ja können wir ja gleich messen und dann zeigen mhm ja erstmal müssen wir den Haken abmachen genau schon gut wie siehts da oben Vollmond eigentlich fängt man da nicht so gut alle sind jetzt schlecht auch im Monat ja so heute ist der Angeltag dann wieder vorbei ja friert schon alles der ganze Boden ist gefroren die kompletten Sachen ja frierst du es dir kalt? ne und dir? ne auch nicht ja trotzdem reicht ist genug war erfolgreich, oder? ja zwei schöne Brassen einen kleineren auch ein paar Grundeln hat Spaß gemacht ja jetzt können wir morgen Silvester feiern, oder? hä, morgen ist kein Silvester ne, übermorgen genau ja